Und damit ziehen sie weiter. Was tut ihr? Sky. Irgendeine Idee? Wie wird dieses Lager finden sein? Er zuckt die Schultern. Nun, die grobe Richtung kennen wir. Es würde dann ja irgendeine Art von Aktivitäten geben. Rotter. Vielleicht können wir die Spuren finden. Vielleicht werden wir feststellen, dass der Boden verseucht ist und die Tiere sich von diesem Ort entfernt haben. Ich denke, wenn wir nah genug herankommen, werden wir es wissen. Nur mal um das, was jeder denkt, auszusprechen. Wir werden sie einfach so ziehen lassen. Wollt ihr mit ihnen kämpfen? Weswegen? Wenn sie den Falschen in die Hände geraten, die sie manipulieren können, dann sind sie ganz schnell in den Händen unserer Gegner. Wir müssen mit unseren Kräften haushalten. Und außerdem sind diese Bauern sehr geistesstark. Sie sind auf keinen unserer Versuche hereingefallen. Also ja. Ich denke, sie sind einfach dumm. Und sie sind in den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auch Dummheit kann eine Stärke sein. Ja. Oh, fünf Dukaten in die Wortspielkasse. Also Skype würde versuchen, weiter grob die Richtung zu halten, die er bestimmt hat, als wir quasi noch am Hang waren und über die Bäume sehen konnten. Okay. Und... Möchtest du euch hier durchscouten oder hast du einen anderen Plan? Ähm, ich möchte uns gerne da durchscouten, ja. Deswegen habt ihr einen Scout mitgebracht. Ach ja, ähm, ich hab's euch nicht gesagt, weil's nicht relevant ist, aber das hört mir gerade wieder ein. Da der Durash-Wald natürlich relativ umgänglich ist, bekommen alle Engagement-Rolls, die keinen Scout angehängt haben, minus einen D. Uh! Yay! Glück gehabt. Glück gehabt. Gut geplant, möchte man meinen. Dann, wie sind die Plikatoren? Ähm, Risky Standard würde ich denken. All right? Da geht es nicht leicht, den Weg zu finden. Und hier sind Dinge unterwegs, die euch gefährlich werden könnten. Von daher... Okay, dann schauen wir mal. Möchtest du assistiert werden? Ähm, ja, gerne. Dann würde Adisha zumindest versuchen, zu assistieren. Wie war das? Ich, äh, mag hier mir einen Stress, äh, muss ich dann auch noch würfeln? Nein, du markierst dir einen Stress und... Ich nehme einen Würfel. Ich hätte ihn fast Shady genannt. Crimson Gaping bekommt einen Würfel oben drauf. Kein guter Wurf, aber eine 4 immerhin. Teilweise Erfolg. Ähm, und zwar, ihr bekommt eure zwei Ticks. Blopp, blopp. So. Aber ihr landet in einer riskanten Situation. Oder du, sehr speziell, würde ich denken. So, du bist den anderen voraus, so 50 Meter vielleicht. Und ihr bewegt euch grob südwärts. Und die Hinweise verdichten sich. Die Pflanzen sehen teilweise ein wenig kränklicher aus. Sie kommen hier und da an Tümpeln vorbei, die ein wenig brackig riechen. Ähm, einmal findest du ein Tier, einen dieser riesigen Berngard, die auf der langen Straße einmal getroffen hat. Oder eine Unterart davon, der hier ist weniger pelzig und ein bisschen kleiner männlich zu sein. Der Alpfer rottet, irgendwie an einem Baum liegt, aber erst kürzlich verstorben zu sein scheint. Ihr seid definitiv auf dem richtigen Weg. Ähm, bis du irgendwann aufblickst beim Scouten und feststellst, dass du von einem guten halben Dutzend Rotter umringt bist, die dich schon mal noch nicht gesehen haben. Die laufen nicht hier rum, die stehen hier, die sitzen hier. Einer hängt irgendwie in einem Baum, in den Ästen oben drin, wie auch immer er da hochgekommen ist. Halt. Dir fällt das auf einmal auf. Oh shit, hier ist alles voller Unterart. Was tust du? Ähm, ich glaube, ich würde mich gerne unbemerkt in einen Baum zurückziehen. Vielleicht nicht unbedingt den, wo der Rotter hängt, sondern in einen anderen. Okay. Ich merke gerade, Belgrim ist gar nicht auf der Missionskarte. Lass mich diesmal... Nee, ich bin auf der Aldermark. Lass mich diesmal beheben. Ähm, so Bäume gibt es hier zu Genüge. Und auch Bäume, in denen keine Rotter hängen. Wie gesagt, es ist nur einer, der irgendwie in den Baum gekommen ist. Ob er da hochgeklettert ist oder ob Leiter sich einen Scherz erlaubt hat, denken wir nicht so hart drüber nach. Ähm, von daher, das sollte keine Schwierigkeit sein. Ähm, pff. Das klingt wie Scout. Es geht nicht darum, ob du auf den Baum kommst, oder ob du unbemerkt auf den Baum kommst, right? Ja, das stimmt. Aber wir wären bei Risky Standard. Standard im Sinne von, du extrahierst dich erstmal aus der Situation, aber wir sind halt in einer anderen, vielleicht nicht unbedingt besseren Situation. Okay, ja, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Wieso bin ich immer nach Atomir? Ich habe eigens mein Token angeklickt. Dann hast du dich auch empfassen, erwarte, das Map-Tool. Naja, egal. Hauptsache Würfel funktioniert. Es wird vermutlich was mit Besitzreichen zu tun haben. Das... It'll be fine. Ist auch nicht so wichtig. Die Werte sind ja richtig. Ähm, partial success. Wie sieht das aus? Erzähl du es mir. Ich denke, ich schaffe es, mich auf einen Baum zurückzuziehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich sehr viel mehr Zeit verliere, als ich wollte, weil ich hatte die Hoffnung von dem Baum, vielleicht auf einen Nachbarbaum kommen zu können oder einfach da oben warten, bis die Rotter weitergewankt sind. Aber, ähm, ja, jetzt sitze ich in dem Baum und, äh, die Rotter gehen nicht. Und es ist auch kein Nachbarbaum gerade, äh, greifbar, sodass ich sagen würde, okay, ich kann ohne groß Lärm zu machen auf einen anderen Ast von einem anderen Baum springen. Ja, okay. Und zwar, ähm, die sind da immer noch so. Die merken mich nicht, aber sie sind da immer noch und die gehen auch noch nicht weg. Und jetzt wieder runter zu klettern wäre natürlich das Allerblödeste. Ähm, das Problem ist der Rest des Squads, alle, die nicht Crimson Gelfing sind. Euer Scound hat sich seit einer Weile nicht zurückgemeldet. Seid ihr noch auf dem richtigen Weg? Ich, hm. Wir werden sofort, wir werden sofort. Das ist eine gute Frage. Wir, äh, wir haben ja sozusagen nicht die Richtung gewechselt. Er hat nicht gesagt, dass wir die Richtung wechseln sollen, aber wir sind mal gerade ausgegangen. Müsste er ja nicht schon wieder zurück sein? Hm, er war noch nicht, noch nie so lange weg, ja. Ja, er wird seine Gründe haben. Sollten wir dann hier vielleicht erst einmal warten oder wollen wir weiter voran? Die, naja, warten wäre sicherer. Okay, wer sendet ja normalerweise irgendein Zeichen oder so, wenn er in Gefahr ist? Wenn er eins senden kann, sicher. Und Crimson, Crimson, du siehst die, Herr Lungen, right? Du kannst sie von hier aus perfekt sehen, aber wenn du jetzt rufst, hast du ein Problem. Ich verstehe. Ähm, besteht die Chance, dass ich, sagen wir mal, einen Rotter oder so erschieße und dann eine Richtung als Fluchtweg frei ist? Äh, die Möglichkeit besteht, wenn da nicht dann irgendwann, dann noch irgendwo ein zweiter war, den du übersehen hast. Das wären dann quasi Komplikationen. Das wären dann quasi Komplikationen. Weil jetzt gerade, die laufen direkt auf dich zu. Wenn die nicht aufpassen, sind sie in ein paar Minuten irgendwie mitten in den Typen genauso. Und du kennst ja deine Kameraden, die sind nicht so unauffällig. So, die haben die dann auch direkt an den Waden hängen. Also denke ich denn, dass wir schon nah dran sind. Weil ich meine, prinzipiell wäre es eher ein Vorteil, mit dem ganzen Squad gegen ein paar lächerliche Rotter zu gehen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber denke ich, dass das dazu führen würde, dass wir entdeckt werden? Äh, entdeckt von wem oder was? Ja, wenn ich jetzt irgendwie den Eindruck habe, wir sind schon kurz vor dem Ziel, was weiß ich, weil die Versäuchung so übel ist. Das weiß ich nicht, was du mir sagen. Also es sieht noch nicht, ich habe ja gesagt, wie versäucht es hier aussieht. Okay. Wie laut ist denn der Wald? Also es ist wahrscheinlich nicht so urwaldmäßig. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht so, als wären hier brüllende Affen alle drei Meter. Also eigentlich ist der Wald waldig, right? Es raschelt basically den ganzen Tag. Wichtigste Frage, wie riecht es denn? Ähm, größtenteils normal. Denn du hast ja gesagt, von dort steigt immer wieder unkontrolliert Rauch auf. Und dementsprechend anhand des Geruchs könnte man ja dann ausmachen, wie weit man noch entfernt ist. Und wenn hier nun jetzt nichts in der Luft liegt, könnte man zumindest davon ausgehen, dass es noch eine Weile ist. Es riecht relativ normal. Das kommt natürlich auch daher, dass was auch immer durch die Luft weht, jetzt schwerlich wirklich auf Bodenniveau in den Wald hinein wehen kann, right? Weil hier unten geht nicht so schrecklich viel Wind. Manchmal weht es euch ein wenig übelriechend um die Nase. Auch wenn ihr an einem von diesen brackigen Tümpeln vorbeikommt, natürlicherweise. Aber ansonsten ist es jetzt kein penetranter, permanent anhaltender Säuregeruch in der Luft oder so. Okay. Frag mich nicht, wie Säure riecht. Ich wollte gerade sagen, Säure ist nicht das Problem. Nimm mal eine Nase Salzsäure und dann reden wir nochmal, ob das ein Problem ist. Ich kann diese Frage beantworten. Es riecht ganz schön ätzend. Oh, der Nächste kriegt einen Punkt Stress. Nein. Oh, du hast recht, Corruption. Sorry, Stress darf ich nicht verteilen. Okay. Crimson, was tust du? Ich versuche das mit dem Weg freischießen. Und zwar, Sky beobachtet ganz gelassen die Bewegungen von den Rottern und versucht, eine gute Lücke abzupassen, wo er quasi in Richtung des Squads entkommen kann, wenn er einen Rotter mit einem schwarzen Pfeil ausschaltet. Oh, die bewegen sich nicht wirklich. Wie gesagt, die geht vielleicht bei einer ein paar Schritte oder schiebt sich von links nach rechts, aber ansonsten sind die einfach nur da. Und ich würde Scout würfeln, weil das ja aus dem Hinterhalt ist und weil mein Hauptziel bei der Sache wirklich ist, das unerkannt zu tun. Ja, lass ich auf jeden Fall durchgehen. Ich denke, das ist normal, ansonsten ein Maneuver wäre vielleicht auch gut. Aber Scout, kein Problem. Und zwar ist es controlled. Es geht nicht darum, den Rotter abzumorxen, deswegen nur Standard. Deswegen bringt der schwarze Pfeil nichts? Ich denke nicht. Aber es bedeutet zumindest, dass der Rotter dann sofort tot ist und nicht noch irgendwie weiterkriechen kann oder so. Das ist richtig. Je viel Munition du hast und brauchst, musst du wissen. Ja. Also controlled Standard. Sondern du verwendest einen schwarzen Fall. Ich habe gesagt, ich verwende einen schwarzen Fall. Oh, sorry, das ist bei mir irgendwie vorübergegangen. Dann sind wir auf controlled greater. Okay. Keine 6. Eine 4. Also Sky schießt und erwischt den selbstverständlich auch. Und versucht dann quasi gleich diese Lücke zu nehmen und in Richtung des Squads zu entkommen. Aber was ist die Komplikation? Ich denke hinter dir ist es, du warst bei kontrolliert. Von daher ist die Konsequenz eher klein. Ich denke, dir stolpert ein einziger Rotter noch hinterher. Der hört irgendwie einen Ast knacken und läuft dann einfach geradeaus in die Richtung. Also zufällig dieselbe Richtung, in der du gerade unterwegs bist. Okay, dann wirft Sky einen Blick über die Schulter, ob jetzt irgendwie die ganze Horde auf ihn aufmerksam geworden ist. Aber als er merkt, dass das nur einer ist, wird er sogar ein bisschen langsamer und fällt in so einem leichten Trab, sodass der Rotter quasi Gelegenheit hat, nachzukommen, dass wir dann ihn in genügend Abstand von seinen Kollegen umbringen können. Okay, ihr anderen seht exakt das. Naja, ihr seht erst Crimson Scaping, wie er aus dem Gebüsch joggt und dann so ein paar Sekunden später den Rotter hinter ihm hier wanken. Ja, dann Säbel ziehen und dritten. Ja, Nachampfwaffe und ran. Okay. Macht der an sich eigentlich irgendwelche Geräusche? Sehr schön, danke. Rotter sind nicht in der Lage, Dinge zu verbalisieren. Dafür musst du schon ein bisschen besser bezahlt sein. Okay, ich bin ja vorrücken. Möchte ihn jemand skirmischen oder was habt ihr vor? Ja, ich würde skirmischen. Ich möchte auch keinen skirmischen. Also werden wir alle öffnen und werden versuchen, den umzuhalten. Achso, wenn die anderen skirmischen, halte ich mich erstmal zurück. Ihr könnt jetzt irgendwie eine Group-Probe draus machen oder ihr könnt jetzt einfach alle gleichzeitig würfeln und wir sehen, was passiert. Oder ihr schickt einen vor, der das macht, weil es ist nur ein Rotter, was soll der schon anstellen. Ja, komm, dann soll unser Kampfkoloss mal mit dem Rotter aufräumen. Der macht gerade Push-Ups für Schreie. Echt? Nein. Und wieder? Also, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ja, ich will. Ich möchte gerne, ja. Na komm, du hast heute noch nicht, dann darfst du. Ich hab schon ein bisschen, aber... Es sei denn, dir fehlt etwas anderes, klingt das für mich wie ein ziemlich straighter Skirmish. Like, Control-Standard probably, weil es ist, du bist Threads, wo er nicht, er ist nur einer, right? Er hat keine Freunde. That's... Ja. Ja, ich tue es. Und ohne viel Fehler lesen macht Sapphire ich nie. Die Sechsen sind immer langweilig, denn dann passiert nichts, but that's the way it is. Ja, Sky, Nick, Sapphire, Duncan, zu. Das sind noch mehr vor uns. Ich denke, wir kommen näher. Ich musste mich verstecken. Entschuldigt, dass ich so lange gebraucht habe. Ein Seelenloser. Sky, wir haben uns schon Sorgen gemacht. Wie viele? Nur ein halbes Dutzend. Ich denke, wir können sie umgehen. Das Ziel selbst ist noch nicht in Sicht. Noch keine Strukturen oder dergleichen. Was wir aber jetzt gefahrlos ausräumen können, kann uns nicht mehr in den Rücken fallen. Guter Einwand. Und wenn es nur so wenige sind, dann sollten wir versuchen, sie so schnell als möglich von unserem Weg zu nehmen. Herr Dishan würde mal hingehen und den untersuchen. Den Rotter. Der hat ziemlich gelitten. Als wäre er schon eine Weile tot. Und als wäre er ein gutes, langes, weites Stück Marschiert, seit er erhoben wurde. Sieht der so aus, als ob er schon länger im Wald wäre? Zum Beispiel, dass irgendwie Moos an ihm wächst oder irgendwelche Pilze oder sowas? Nein, so arg so schlimm ist es dann doch nicht. Also der hat nicht irgendwie hier gelegen oder so. Also Pilze können sehr schnell an Substrat wachsen. Ich weiß, was bedeutet, dass er noch nicht sehr lange hier ist. Sky, wir sollten für die Zukunft uns ein Zeichen überlegen, wie soll denn sowas nochmal passiert? Hättest du uns nicht ein Pfeil zuschießen können? Ich sehe jetzt schon all die Dutzend Möglichkeiten, wie das schief gehen kann. Ich habe ein Pfeil im Auge. Guck mal, ob es geil ist. Schraub mal ein Pfeil wie ihr. Dann kam ich an ihr Pfeil ins Knie. Und dann hat Amrita mir das Knie abgenommen. Wir haben doch keinen Einbeinigen. Da kann man mal nicht seinen Klub aufmachen. Gut, ähm, Fokus, Fokus, Fokus. Nein, ich dachte in etwas, Sky, du hast es auch mit den Eulen mal trainiert. Das haben die nicht einen ihrer Rufe dir beigebracht. Selbstverständlich. Ich kann verschiedene Eulen nachahmen. Wir könnten eine wählen, die hier nicht natürlicherweise vorkommt. Aber das setzt natürlich voraus, dass ihr schon relativ nah seid. Ja, es ist mitten am Tag. Die Untoten sind nicht clever genug. Ich weise an dieser Stelle auch einfach mal darauf hin. Wenn ihr irgendwann mal in den Baum hockt und euch denkt, ah, fuck, ich hätte mir echt gern ein Signal vorher mit den anderen ausgedenkt, ist das eine super Idee für ein Flashback. Nur falls, falls es nochmal... Ich weise jetzt brauchen wir es nicht mehr weiter, weil jetzt schon... Oh, genau, ich wollte nur darauf hingewiesen haben, aber ich weiß auch jemals wie Flashbacks zu nennen, das hat noch nie jemand ein Flashback gemacht. Wenn ihr eine Eule imitieren wollt, die hier nicht heimisch ist, wie wäre es mit Sechsewitsch? Buhu... Wollt ihr den Tränen so neu ist? Ja, auch. Na gut, dann sollten wir sehen, was wir mit diesen Rottern machen. Ich würde vorschlagen, dass wir einen Bogen schlagen. Vielleicht können wir erkennen, wie nah wir tatsächlich schon sind. Und wenn keine weiteren Gegner in der Nähe sind, dann könnten wir sie ausschalten. Also deine professionelle Ansicht, Sky, ist es, dass ihr doch mindestens einen Tag weit fort seid. Ja, okay. Es ist weniger weit, als es klingt. Natürlich macht man auch weniger Strecke in einem Wald als auf der Ebene, aber trotzdem. Gut, dann würde ich die Position vertreten. Auch wenn es nur Rotter sind, denke ich, dass unsere Kräfte an sie verschwendet sind. Und wir weitergehen sollten. Vernünftig, ja. Ich habe übrigens auch tote Tiere gesehen, unter anderem Berngard. Ich frage mich, ob Blighter auch solche Geschöpfe erhebt. Das könnte unangenehm sein. Blighter ist noch allgemein nicht dafür bekannt, sehr angenehm zu sein, ja. Aber gut, Sky, führ uns drumherum. Ja, dann wechselt Sky ein bisschen die Richtung, nachdem er jetzt weiß, wo diese Rotter rumlungern. Und gibt auch die Einschätzung ab, dass es vermutlich noch etwa ein Tag ist. Möchtest du euch drumherum scouten? Kann ich gerne tun. Ich weiß, ich weiß. Das klang gerade so, ja. Ja, wir benutzen im Grunde den Scout-Wurf jetzt jedes Mal als Mini-Engagement-Draw für den nächsten Encounter, right? Wichtigweise für, wenn ihr da seid. Risky-Standard? Ah, yes. Ich glaube, das ist angemessen. Da brauchst du sowieso noch einen Punkt im Nure-Fall zu machen. Also, ich glaube, so hart kannst du es gar nicht mehr versauen. Aber es war ja... Es ist ein Erfolg. Es ist keine 1-1-1. Es war Adrien, der gewürfelt hat. Tschu. Adrien, der würfelt heute immer. Das wissen wir schon. Also. Ihr seid noch auf dem Weg, bis es irgendwann natürlich dämmert und ihr einmal mehr Lager aufschlagen müsstet. Ihr konntet zwischenzeitlich noch eine Gruppe rot herum gehen, die ähnlich unmotiviert zwischen einigen Bäumen und einem großen Inkelstein herum stand. Und, ähm, Crimson, du hättest es fast nicht... du hättest fast reingelaufen. Aber hier ist ein Dorf. Äh, hier sind Häuser. Direkt vor euch. Und wieso habe ich die nicht eher gesehen? Sind die irgendwie sehr gut getarnt? Nein, aber eher so ein Wald. Der Wald wird auch teilweise dichter, je mehr du gehst. Und die sehen aus, als wären die irgendwie halb eingewachsen. Das Dorf versteckt unter den Blättern. Ja, dann bleibt Sky ziemlich abrupt stehen. Also wir waren jetzt quasi gerade so in der Phase, dass wir nach einem Nachtlager Ausschau halten. Mhm. Das sind Gebäude. Ein Dorf. Na, die Vorfahren unserer Freunde von vorhin, schätze ich mal. Dann müsste es verlassen sein. Ich gehe einmal nachsehen. Ähm, Sky und Sapphire, wenn man darauf aufmerksam wird. Vom Baustil her sind das eher Pannierhäuser. Ah, das nehme ich zurück. Das sieht nicht nach Aldamani aus. Unsere Vorfahren, vor denen unsere Freunde geredet haben. Dann sollten davon noch welche hier sein, werden sie wohl ein bisschen eine andere Einstellung gegenüber Bleiter und dem Wald haben. Ja, sie meinten ja, sie haben sie vertrieben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich Schleuze Panniers von so ein paar Dorf-Heinis vertreiben lassen, aber lass uns mal nachschauen. Ja, vielleicht von Bleiter. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich würde mal gucken, wie sieht denn das Dorf aus? Sieht das aus, als wäre es vor kurzem verlassen worden oder schon vor längerem? Also wie ist... Ah, du darfst gerne einen Fortune-Roll auf Study machen. Sorry, Study existiert nicht, Research? Research, ja. Also einen ganz normalen Research-Roll. Äh, ja, nur wir haben keine Position, keinen Effekt, right? Einfach wie gute Würfel, sag dir, wie viel du herausbekommst, obwohl du kommst auf jeden Fall etwas heraus. Eine Vier. Eine Vier von Adrien mir. Ähm, sorry, ich mach's selber. Nicht, ist die Antwort. Hier ist nicht verlassen. Die sind Leute. Du siehst eine kleine Rauchschwade aus einem Schornstein aufsteigen. Und da ist ein Eimer mit Wasser, der in einem Hausband steht, das noch relativ frisch aussieht. So von hier aus zumindest. Und jetzt, wo du darauf achtest, an einer Stelle siehst du frische Karrenspuren im Waldboden. Gott, es ist nicht verlassen. Seht ihr die Spuren und den Rauch, der da aufsteigt? Wie konnte euch das nicht auffallen? Ja, das frage ich mich als Spielerin auch. Ähm, ja. Der Grund, Crimson Gaping, warum es dir nicht aufgefallen ist, weil du nicht darauf geachtet hast. Weil das ist so, außer dessen, was du erwartet hast, dass es in deiner Pattern-Rekognition nicht vorkam. Du erwartest Baum, Busch und Dota, Bleiter. Baum, Busch und Dota, Bleiter. In dieser Reihenfolge. Wie geht es denn in der Natur außen rum? Also kann ich mir vorstellen, dass man da noch gut leben kann? So als Panja? Somewhat? Also je länger ihr hier rumsteht und euch umschaut, desto mehr Anzeichen von Bewirtschaftung fallen euch auf. Ich fange auf, dass das doch eine Häufung von Obstbäumen ist. Und auf der fernen Seite, was von hier aus wie eine kleine Lichtung aussieht, könnte vermutlich genauso gut eine Ackerfläche sein. So in der Richtung. Aber das ist alles sehr zugewachsen. Das hier ist nicht einfach ein Dorf im Wald. Das hier ist ein Wald im Dorf. Hm. Um auf eure Frage zurückzukommen, Amrita. Ich, äh, ich sage mir so, es kommt für mich sehr überraschend, dass hier noch irgendjemand lebt. Aber, nun ja, wenn hier tatsächlich noch Panja sind, dann haben wir vielleicht bessere Chancen, auf Unterstützung zu stoßen als bei den Aldamani. Hm, vielleicht solltet ihr dann aber reden. Also als Landsleute gewissermaßen. Sapphire? Lass uns mit gutem Beispiel vorausgehen. So, ähm, Sapphire. Hoch oder tief? Hoch. So, haaaaiiii. Dir fallen zwei Dinge auf. A, dass ein Fensterladen offen steht. Und B, der Pfeil, der aus diesem Fensterladen auf dich hinzufliegt, während ihr euch dem Dorf nähert. Und B, der Pfeil, der aus dem Dorf nähert. Und B, der Pfeil, der aus dem Dorf nähert ist.